Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren News. Mein Name ist Dave aka NeroDevil und das sind die heutigen Themen. Black Desert ist nun offiziell released, Overwatch hat einen Release-Termin bekommen, Paragons Gründerpakete wurden vorgestellt und leider doch kein Sword Art Online Virtual Reality MMO. Okay, ich glaube mittlerweile haben es wirklich alle von euch schon mitbekommen. Aber weil das ja letzte Woche passiert ist und das hier die Weekly Gaming News sind, schneide ich es hier nochmal kurz an. Und zwar ist letzte Woche am Donnerstag, dem 3. März, Black Desert offiziell erschienen. Zur Erinnerung und bevor die Frage wieder in den Comments auftaucht, Black Desert ist ein Buy-to-Play-Titel. Ich selbst spiele Black Desert ja schon seit Dienstag letzter Woche, deshalb auch kein Video und muss sagen, mir macht es richtig viel Spaß. Ist mal wieder so ein MMO, wo man sich so richtig schön reinfuchsen kann. Und vor allem ist es mal wieder eins, wo es zumindest mir nicht primär darum geht, so schnell wie möglich zu leveln. Mehr zu Black Desert, aber ein andermal. Nachdem die geschlossene Beta-Phase von Blizzard Online-Shooter Overwatch ja nun schon seit einiger Zeit wieder läuft, Glückwunsch an alle, die einen Zugang bekommen haben. Glückliche Schweine eher. Ist nun das offizielle Release-Datum zuerst geleakt und danach kurz darauf von Blizzard bestätigt worden. Somit ist nun bekannt, dass Overwatch am 24. Mai 2016 in den Live-Betrieb gehen wird. Und auch die Open Beta wurde bei dieser Gelegenheit gleich bekannt gegeben. So wird interessierten Spielern vom 5. bis zum 9. Mai die Möglichkeit geboten, völlig frei und ohne Einschränkungen das Spiel auszutesten. Es gibt also alle Maps, alle Spielmodi und alle Helden. Und für alle, die sich das Game bis zum 29. April vorbestellen, gibt es einen Early Access Zugang. Für die Open Beta. Aber dafür mit einem zusätzlichen Key für einen Freund. Die Beta wird sowohl auf der Xbox, auf der PS4 als auch auf dem PC gleichermaßen stattfinden. Übrigens wird jeglicher Progress, den man in der Open Beta macht, bis zum Release am 24. Mai nochmal gelöscht. Was ich ziemlich cool finde. Denn so ist die Open Beta mal wieder eine richtige Beta und nicht bloß ein verfrühter Spielstart, der den Namen Beta bloß deshalb noch trägt, damit man sich vor etwaigen Bugs rechtfertigen kann. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Einfach nur aus dem Grund, weil ich höchstwahrscheinlich sowieso keinen Zugang mehr zur Close Beta erhalten werde. Kommen wir als nächstes zu Paragon. Das ist dieses neue MOBA von Epic Games für alle, die gerade nicht wissen, worum es geht. Und zwar wurde vor kurzem bekannt, dass das Game am 17. März in die Early Access Phase starten wird. Und natürlich wissen wir alle, was Early Access bedeutet. Richtig, Gründerpakete. Denn nur wer sich eins holt, darf auch an der Early Access teilnehmen. Alle anderen müssen auf eine Einladung zu einem der in regelmäßigen Abständen stattfindenden Beta Events hoffen. Aber zurück zu den Gründerpaketen. Diese werden wie gewohnt in drei Preiskategorien erhältlich sein. Und zwar 20, 60 und 100 Dollar. Jedes der Pakete enthält einen Zugang zu bereits erwähnten Early Access und natürlich, je nach Preisklasse, diverse Extras. Wenn ihr zum Inhalt der Gründerpakete mehr erfahren wollt, packe ich euch den Link unten in die Videobeschreibung. Ich muss ja sagen, ich habe jetzt so persönlich nicht die mega Vorfreude auf das Game, aber ich bin durchaus interessiert daran, wie sich weiterentwickeln wird. Ich meine, ein MOBA vom Unreal Tournament Entwickler? Oh, ich bleib da auf jeden Fall dran. Jetzt zu den Flash News. In China ist vor kurzem das Mobile Game Blade & Soul Mobile erschienen. Und nein, keine Sorge, das ist keine Blade & Soul Mobile Portierung, sondern vielmehr so ein kleines Kartenspiel. Ob und wann es bei uns erscheint, ist noch nicht bekannt. Und warum ich euch das erzähle? I don't know. Microsoft hat vor kurzem das Entwicklerstudio Lionhead geschlossen. Dieses arbeitete bis vor kurzem ja noch am Free-to-Play-Koop-Game Fable Legends, was somit auch eingestammt wurde. Neben den Fable-Spielen entstanden bei Lionhead auch noch die Sandbox-Klassiker Black & White und Black & White 2. Rest in Peace, Lionhead. Letzte Woche liefen ja die Intel Extreme Masters in Katowice. Das ist so ein riesen E-Sports-Event. Und die Sieger sind folgende. In der Kategorie Counter-Strike konnte sich Phonetic durchsetzen. In StarCraft 2 holte sich Pulse den Sieg. Und in League of Legends gewannen die Koreaner von SKT. Und der Division ist gestern am 18. März offiziell erschienen. Und dazu war ich sogar auf einem Launch-Event. Wer weiß, vielleicht kommt diese Woche sogar noch ein Video darüber. Und jetzt zu eher schlechten Nachrichten für alle SAO-Fans unter euch. Wie ich ja in den letzten News berichtet habe, sollte Sword Art Online The Beginning der nächste große Schritt in Sachen Virtual Reality MMO werden. Tja, und wie sich dann herausstellte, lag damit so ziemlich das halbe Internet falsch. Darunter natürlich auch ich, denn ich bekomme meine News ja auch aus dem Internet. Wenn man es genauer betrachtet, könntet ihr eigentlich alles, was ich euch hier jetzt so erzähle, selbst recherchieren. Macht das nicht. Denn Sword Art Online The Beginning war nie als ein eigenständiges Virtual Reality MMO gedacht. So wie es aussieht, handelt es sich bei der ganzen Sache schlicht um einen Übersetzungsfehler. Vielmehr handelt es sich bei SAO The Beginning um eine Technik-Demo, mit der IBM zeigen möchte, was denn in Zukunft mit ihrer Technologien in Spielen möglich sein könnte. Und diese Alpha, zu der diese 208 Tester eingeladen wurden, bezieht sich nicht auf den Status des Projekts, sondern vielmehr auf den Status von Sword Art Online selbst. Bedeutet ganz einfach, dass die Tester die Alpha-Version von Sword Art Online aus dem Anime sehen werden. Also quasi als SAO noch in Entwicklung war. Kurz gesagt, das Ganze war für IBM einfach eine Marketing-Kampagne, die wohl aufgrund eines Übersetzungsfehlers erfolgreicher ausfiel als gedacht. Schade, der Gedanke an ein SAO Virtual Reality MMO gefiel mir ganz gut. Na ja, müssen wir uns wohl noch weiter gedulden. So Leute, und das war's auch schon wieder für heute. An dieser Stelle nochmal ein kurzes Sorry für letzte Woche. Aber was soll ich machen? Ich bin auch bloß ein Gamer. Ich wette, ihr kennt das auch. Ihr wartet auf ein Spiel, das schon ewig lange angekündigt wurde. Dann ist es raus und natürlich will man da erstmal nichts weiteres tun, als zu zocken. Aber in nächster Zeit dürft ihr wohl eh nichts bekommen, was mich so sehr hypt. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr neu hier seid und kein weiteres Video mehr verpassen wollt, findet ihr unter mir den Abo-Button. Eine Etage darunter und auch in der Videobeschreibung findet ihr auch die Links zu meinen ganzen Social-Media-Kanälen. Hier rechts geht's um meine letzten beiden Videos, falls du noch nicht genug von mir hast. Ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.